Grüß euch liebe Salzburg-Fans, wir sind heute letztes Spiel des Grunddurchgangs in Linz zu Gast. Ich darf bei mir willkommen heißen, den Willi und den? Leon. Jonas. Jonas, grüß euch. Servus. Ihr seid gut angezogen, das taugt mir. Ich habe meine Leder nicht leider daheim gelassen, aber ich kann es nicht immer anhalten. Ich war zu kalt, was du gesagt hast. Ja, aber die Jungen, die spielen das noch nicht so, oder? Die sind noch ein wenig wilder. Ja, genau. Es passt schon. Willi, es wird euch sicher ein heißer Tanz. Was erwartet ihr von dem Spiel? Ja, ich denke, Konstanz-Kabinett wird, glaube ich, einseitig werden. Ich hätte gesagt, 2-0. 2-0? Sehr gut. Wir sind auch optimistisch. Das fände ich gut. Ich sage, es werden drei Tore fallen, 2-1 zu Salzburg. Das gleiche, ob ich tippe. 3-1 zu Salzburg. 3-1? Jawohl, das ist sehr interessant. Das heißt, wir haben zweimal mit zwei Tore und wir sind auch nicht auf der Konservativen Seite. Schauen wir mal. Ja, ich weiß es, es ist immer schwer gegen den Lask. Es ist immer ein bisschen eine Wunderkiste, muss man zugeben. Wobei, da sage ich eh, da kommt man sofort die Mannschaft nicht 100% in den Griff. Die haben immer so... Ja, auf und ab. Genau. Weil, wenn die ein bisschen konstant hätten, glaube ich, waren es uns gefährlich. Ja, auf alle Fälle. Die wären sicher, waren es auch sicher weiterfahren, zum Beispiel schätzen. Ja, international haben es auch viel Pech gehabt, wenn man ein bisschen schaut hat. Aber es wird sicher interessant. Auf alle Fälle. Für uns geht es in Wahrheit, wenn wir uns ehrlich sagen, wir haben unser Ticket. Wir müssen jetzt die 1,5 Punkte, weil nächste Woche ist das nicht mehr die Hälfte wert. Ja. Ja. Aber draußen, man sagt es, man sieht es nicht bis zum 1. Das ist halt so. Das ist keine Frage. Und, wir dürfen es nicht vergessen, Sturm spielt morgen gegen einen Angstgegner. Hartberg. Ja, ist so. Ja, klar. Ja, ist so. Ich glaube, sie haben gegen keinen Gegner so viele Punkte liegen gelassen die letzten Jahre, wie gegen Hartberg. Ja, ist stimmt. Müssen wir gleich bei Markus Schopp, der hat eh einmal bei uns gekickt. Ja, ich meine, ein paar Sturm auch gekickt, aber... Gell, Markus, regelt das wieder, gell? Sieg gegen den Sturm oder ohne entschieden, bitte. Fass gut. Ah, nein. Ich glaube, wenn er da gar nicht mehr machen muss, oder nicht? Alle werden, das macht es schon. Was glaubt ihr, über wen rennt das Spiel heute? Fangen wir umgekehrt auf. Fernando. Fernando. Das war ja beim letzten Mal im Cup, war das schon... Ja, genau. Ja, auch Fernando. Fernando. Ja. Was sag ich jetzt, gell? Das wird für mich schwierig, gell? Ja. Ja, er ist ausnahmählich der Rett. Wenn er einen guten Tag hat, glaube ich, dann ist er ausnahmählich der Rett. Das ist so. Und man muss sagen, egal ob er jetzt die Hütten macht oder nicht, man sieht auch, jeder Gegner braucht eigentlich 1,5 Mal mindestens, dass sie ihn bändigen, ja. Das Ost gegen Sturm hat man das sehr gut gesehen. Da war auch zwar nicht direkt in Erscheinung, weil die haben noch zu zweit der Stankovic, der Jan-Gorin Stankovic und der Zweiter, haben den zu zweit quasi fast immer doppelt, was uns in der ersten Halbzeit dazu geführt hat, dass wir eigentlich ein komplettes Powerplay gehabt haben. Ein Überzeugspiel, ja. Mit dem Platz kriegst du dann dementsprechend. Genau. Wir haben den Platz gehabt. Wir waren eigentlich nur zu blöd damals bei dem Spiel, dass wir nicht die Hütten gemacht haben. Weil ich hab danach sogar mit ein paar Sturmfans geredet und selbst die haben wohl nicht gesagt, oder? Wir haben eigentlich Glück gehabt, dass wir nicht 4-0 hinten waren nach der Halbzeit. Ja. In der Halbzeit schon. Trotzdem, ich muss sagen, es geht bei 0-0 los und im Endeffekt, das ist Fakt. Die Chancen musst du nutzen auch. Das heißt ja. Tschüss. Du kriegst Glück, du wirst Chancen kriegen. Keine Frage. Ich wollte die Chancen nutzen. Das ist so. Man kann gleich einen Euro in Phrasenschweilen schmeißen, aber es ist im Fußball so, wenn du der, der die Tore macht. Und nicht wer schöner spielt. Das ist so. Das ist so. Ich möchte nur, wer die Champions League die Woche geschaut hat, Lazio, glaube ich, haben auch ein paar Chancen gehabt gegen Bayern und haben es nicht gemacht und dann kriegen sie eine 3-0-Klatsche. Beispiel. Paradebeispiel. Ich möchte wissen, was was ist. Es brennt ein Hut, gell? Können wir wiederum, wann das Tour feiern? Wie oft wird es schon gesagt, was das Passfest war. Da krieg ich fast ein Morgenspiel. Schon einiges mitgebracht, letztes Jahr. Das stimmt. Ja, wir sind in den hundertprozentigen liegen lassen, da sind wir auch gut dabei, glaube ich. Da sind wir ganz weit vor die Statistik. Ja, es ist, ich glaube es wird eine spannende Meistergruppe, da sind wir auch gut dabei. Meister-Playoff oder wie man es auch nennen will. Wird es richtig spannend heuer. Vor allem, wir haben heuer nicht die internationale Belötigung leider im Frühjahr. Schon, ja. Schon leider. Aber vielleicht ist das auch mal gut, dass wir die Reserven haben. Wobei man sieht, es ist richtig, wir haben zu viele Leute. Der Kader ist zu brat jetzt. Jetzt sowieso. Ja, jetzt kommen die ganzen Verletzten auf einmal zurück, gell? Ja, klar. Im Erbst haben wir nicht gewusst, wie wir das Spiel herkriegen sollen. War wirklich so. Ich meine, da haben wir teilweise mit einer U18 quasi gespielt. Ja, ist klar. Wo selbst von uns einmal, hey, wer ist das? Ja, ja. Schauen wir mal. Den haben wir auch gehabt. Das war mir nicht schon, weißt du. Ja, und das, dass wir halt nicht weitergekommen sind, hat dazu geführt, dass wir jetzt sogar so Spieler wie an die Jon Kamere verliegen haben. Ja, das hilft nicht. Im Endeffekt, wie ich sage, der Kader ist zu groß. Es sind viele Leute, viele gute Leute, muss man auch sagen. Die kommen einen goldenen Zug. Ja. Du musst auch sagen, es ist halt schon. Es ist halt bonst. Der Wettbewerb ist groß. Das darf man nicht vergessen. Ja, Mann, ihr gesagt, auf eine geile Partie. Danke, ja. Herzlichen Dank. Danke. Servus. 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 also suzarse kommt hier vielleicht und dass wir das auch zu sagen.